Wärmesuchenden Kokusnüssen und der Romeo-Achterbahn! Heißt das, du willst eigentlich gar nicht die Kräfte? Klar will ich die! Ich werde eine Menge anstellen, jetzt wo mich niemand mehr aufhalten kann. Niemand kann dich aufhalten? Was ist mit den Ninja-Linos? Die sind nichts ohne Nacht-Ninja. Stimmt! Und Gürtel-Til? Ihn hast du wohl vergessen. Tja, weil du ihn gerade erwähnst. Hey, wieso hat mir niemand was vom Rummelplatz erzählt? Uh, Ballons! Das sind Super-Helium-Ballons, mein ameisenfutternder Freund. Wie konnten wir nur darauf reinfallen? Wir waren so auf unsere Superkräfte konzentriert, dass wir nicht gesehen haben, was um uns vorgeht. Sie haben zwar auch versucht, unsere Kräfte zu stehlen, aber wenn wir ihnen helfen, helfen sie vielleicht uns. Noch haben wir ein paar unserer Kräfte. Höchste Zeit, Helden zu sein. Hilfe! Oh, die Federn! Hey, die Pyjama-Kids haben uns geholfen. Hey! Katzen schreiten! Oh, die Federn! Also, das nenne ich mal eine Flucht. Kokosnüsse? Das sind doch Peanuts! Ah, tu doch etwas! Ja, Meister! Wow! Uns legt niemand rein! Na los, gib mir die Fernbedienung. Okay, okay, okay. Hier hast du sie. Die Achterbahn fährt wieder normal. Endlich können wir Spaß auf dem Hummel haben. Ja! Gute Arbeit, Team. Und wir hätten dir Zeit lassen sollen, anstatt einfach loszulegen. Hä? Was ist denn, Lionel? Natürlich! Wie hält man eine große Eidechse am besten auf? Mit einer größeren Eidechse. Bei meinen Katzenschnurrhahn. Hinterher! Hi-ho! Oh, Lionel-Saurus! Ich hab das Gefühl, das wird funktionieren. Wow! Wow! Hey, Romeo! Magst du große Eidechsen? Ich hab hier eine für dich. Glückstreffer! Das kommt nicht nochmal vor. Puh! Gut gemacht, Lionel. Ah! Äh! Wolfosaurus ist einfach zu schnell. Nein, warte. Nicht Wolfosaurus ist zu schnell, sondern Romeo. Er hat die Fernbedienung. Weißt du noch? Beko, hol dir die Fernbedienung. Ohne sie ist Wolfosaurus nichts. Oh, gute Idee. Nein! Sonst geht's damit. Nein! Nein! Da! Hey! Oh! Ah! 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 Finger weg! Lass mich runter! Super-Katzen-Streifen! Schütteln wir diesen Haufen Knochen durch! Ihr habt mich nicht das letzte Mal ge- Sie meinten wohl eher Danke! Na gut, ich danke dir! Roboter ist zufrieden! Was tust du? Jetzt müssen wir Romeo nur so lange einbremsen, bis Gürtel-Til seine Kräfte wieder hat! Euren Federn! Kapsen-Streifen! Denkst du immer noch, du kannst mich schlagen? Deine Kräfte sind nichts im Vergleich zu meinen! Zum allerletzten Mal! Es sind meine Kräfte! Meine! Und weißt du was? Ich hab sie wieder! Was? Wie bist du? Wieso ist mein Labor ausgeschaltet? Wer ist jetzt machtlos, Romeo? Bringen wir das kleine Genie endlich zur Strecke und zeigen ihm unsere Superkräfte in Gürteltier-Manier! Kraft ist gut, aber schlau zu sein ist deutlich besser. Und im Moment ist es wohl das Schlaueste, sich der Maschine zuzuwenden und nicht Romeo. Na gut, kleiner Freund. Ja, schalten wir endlich den Staubsauger des Verderbens aus! Das war knapp! Hey, hör auf dich zu bewegen! Halt still, Vögelchen! Jungs, Super-Katzen-Streifen! Ich glaube, hier ist Muskelkraft angesagt. Äh... Okay, nur das eine Mal. Bereit? Gebt mir meinen Staubsauger zurück, ihr Pyjama-Plagegeister! Hier, bitteschön! Nein! Roboter, hol mich hier gefälligst raus! Sofort! Damit kommst du niemals durch! Womit? Damit, dass ich dieses Prachtstück direkt aufs Museum klatschen lasse? Niemand wird mehr reinkommen und kein wird es kümmern. Denn alle werden damit beschäftigt sein, die unglaublichste Ninja-Bär-Klatscher-Aktion aller Zeiten zu bewundern! Jungs! Catboy! Eulett! Nacht-Ninja! Und ein riesiger Bär-Klatscher! Das klingt schlimm! Das Museum! Er wird es... Das klingt noch schlimmer! Das ist alles meine Schuld! Ihr hattet recht! Ich lag falsch und ich... Beruhige dich! Komm einfach runter und wir klären das gemeinsam! Wir könnten deine Gecko-Stärke hier unten brauchen! Aber uns läuft die Zeit davon! Außer... Supergeckoschill! Oh, 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 oh! Wuhu! Ah! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Komm ich zu spät? Genau richtig! Steig ein! Gackern da, Gecko! Ich hätte auf euch hören sollen! Das habe ich echt vermasselt! Jetzt bringst du's in Ordnung! Nur das zählt! Du bist den ganzen Rätselberg runtergesurft! Jetzt kannst du endlich deine Supergeckomuskeln einsetzen! Klatscher abwerfen! Seht mal da! Wenigstens wissen wir, wo der hinspringt! Zum Museum! Richtig? Bring mich da hin! Katzapolt! Ich hab's vermasselt! Doch jetzt mach ich's wieder gut! Ja! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Hä? Du schon wieder? Wie bist du hergekommen? Supergeckomuskel! Oh, ein Flügel weg! Wir sind schon spannend! Stopp! Okay! Hä? Oh, oh! 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 Flatternde Federn! Ich helfe den beiden! Oh! 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 Sie heulen, weil sie Angst haben! Wie sollen wir ihnen helfen, wenn wir nicht an sie rankommen? Du kannst helfen! Rette deine Freunde und zeige ihnen, dass ein Wölf hier auch gut sein kann! Was meinst du? Komm mit! Super Eidechsengriff! Oh! 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 Wenn wir nah dran sind, dann heulen! Bekämpfen wir Geheul mit Geheul! Aber sie sind zu zweit! Mein Geheul wird niemals stark genug sein! Ein guter Wolf kann am stärksten heulen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Jetzt, jetzt, jetzt! Juhu! Juhu! Wow! Was für ein starkes Geheul, Kevin. Das Geheul eines guten Welfis. Na schön, dann bringen wir euch mehr runter. Halt mich gut fest, Echsenjunge. Lass mich bloß nicht fallen. Gecko, halt durch! Juhu! 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 Wow! Das war nicht nur gut, Kevin. Das war unglaublich. Wir lieben dich, Kevin. Du bist der Beste. Kommst du jetzt wieder zurück in unser Rudel? Bitte. Na klar doch. Wir sind nicht nur ein Rudel, sondern auch eine Familie. Und? Kann ein Welfi nicht ab und zu mal gut sein? Ja. Alle paar Mondphasen mal. Ach Leute, ihr seid urkomisch. Ich bin viel urkomischer. Und ich bin am urkomischsten. Tschüss! Macht's gut! Wir haben keine Wahl, wenn wir PJ Robo retten wollen. Wir haben keine Wahl, wenn wir PJ Robo retten wollen. Die PJs bringen mich an. Mein Ziel? Das war echt ein Kinderspiel. Ha! Ich bin gut in diesen Rätseldingen. Können wir nicht einfach versuchen, die Höhle zu finden? Es sind überall Ninjalinos, Gecko. Selbst wenn wir in die Nähe von PJ Robo kommen, würden sie ihn woanders hinbringen. Wahrscheinlich. Da muss der Ring sein! Seid vorsichtig, Leute. Und wo sollen diese Fallen sein? Ich kann sie nirgendwo sehen. Ah! 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 Super Katzenstreifen! Ah! Oh! Ich hab die Fallen gefunden. Mich werden sie aber nicht erwischen! Super Ollenflügel! helped! Drachen zum Klatscher! Ah! Super Gekko-Muskel! Wow, ich weiß nicht, wo die Löcher hinführen und will es auch nicht herausfinden. Euer Kegel! Puh, sind wir jetzt in Sicherheit? Wir springen, Leute! Wir springen! Bis zum Mond! Sie sagten, der Mond würde sie verwandeln. Vielleicht glauben Sie, wenn Sie näher an ihn herankommen, dass... Wow! Mehrkräfte! Dichteres Fell! Meine Reißzähne werden länger, mein Verstand wird... Hoffentlich mal ein paar Ideen haben. Ja, schlauer! Verwandeln wir uns in echte Wölfe! Echte Wölfe? Die sind schon böse genug. Und wenn sie noch mehr Kräfte bekommen... Ich glaube nicht, dass Wehrwolfen so funktioniert. Wie willst du das wissen? Du bist eine Eule. Auch wenn es nicht funktioniert, werden Sie dabei meinen Katzenflitzer schrotten. Es geht hier nicht nur um deinen Flitzer. Es geht immerhin um unsere Stadt. Bei meinen Katzenschnurharen. Ich weiß, wie wir meinen Flitzer zurückbekommen. Treffen wir uns im Hauptquartier. P.J. Robo, zeig mir, wo die Wölfis sind. Gekko, schau an! Gekko, du musst das Seil werfen. Okay. Eins, zwei, drei, jetzt! Super, Gekko-Muskeln! Dreh das Hauptquartier, P.J. Robo! Flatternde Federn! Ich glaube, es hat funktioniert. Hey, ihr habt unser Auto geklaut. Das ist mein Auto. Ach ja? Und warum sind wir denn darin zum Mond gesprungen? Verschwindet sofort von meinem Berg. Dann musst du uns schon runterschmeißen. Na, wer hätte das gedacht? Was für eine gute Idee. Ninja Finger! Uah! Uah! Gip, gip, gip! Uah! Okay, Leute, es reicht jetzt. Habt ihr uns nicht gehört? Der Berg ist für alle da. Statt zu streiten, solltet ihr lieber den Berg gemeinsam genießen. Die Ninjas kennen jede Ecke. Sie könnten euch herumführen. Häh? Uah! Genug, ihr Weltverbesserer! Ninja Finger! Uah! Lasst euch das an der Lehre sein, den Berg der Ninjas zu betreten. Was? Du meinst wohl den Wölfi-Berg. Au, 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 au! Ihn folgen, gegen sie kämpfen und sie brillant besiegen? Das werde ich tun. Oder lieber? Ah! Anstatt euch zu bekämpfen, solltet ihr lieber den Berg gemeinsam genießen. Folgt diesen Wölfis! Uah! Fast geschafft! Das nenne ich ein Versteck. Ah! Verschlossen! Keine Sorge, ich zwinge euch nicht, da wieder reinzugehen. Ja, hallo? Meine fälligen Freunde! Verschwindet! Der Berg gehört uns! Natürlich! Das weiß ja jeder. All das ist jetzt der Wölfi-Berg. Aber es wäre mir eine Ehre, mein ganzes Wissen darüber weiterzugeben, wie man in diesen Wölfi-Palast gelangt. Nee, das schaffen wir schon. Oh, aber auf diese Art würde es so viel schneller gehen. Ich kann's nämlich kaum erwarten, so prächtige, fällige Monster in dem Palast zu sehen, den sie verdient haben. Ja, ich nehme an, du hast recht. Ich sollte ihn übergeben an meinen vertrauenswürdigen Roboter. Was passiert hier? Oh, oh. Was passiert hier, Meister? Ich fühle, ich fühle mich, ich fühle mich sehr mächtig. Oh, oh. Braver Roboter! Mehr! Mehr! Wow! Wow! Ja! Ich habe die PJ Masks genau da, wo ich sie haben will. Lass uns raus. Äh, ich glaube nicht, dass er das tun wird. Wow! Wie auch immer. So viel macht! Wow! Was tust du da? Ja, als dein Meister befehle ich dir, mich abzusetzen. Ich bin jetzt der Meister. Aber wenn ich's recht bedenke, lasse ich sie runter. Wow! Mit dem Kristall kann ich alles und jeden kontrollieren. Wow! Was? Wow! Er fliegt außer Kontrolle! Wow! Oh! Ah! Ich glaube, der Roboter hat euch jetzt. Okay. Vielleicht nicht total außer Kontrolle. Hände weg von mir, du irrer Roboter! Hilft mir doch, Motten! Bleibt weg, Motten! Gegen mich kommt ihr nicht an! Ich sagte, bleibt weg! Wow! Roboter! Das hatten wir doch schon. Ich bin dein Meister, weißt du noch? Inkorrekt! Hier steht jetzt alle unter meinem Kommando. Oh! Der Roboter ist aus dem Gleichgewicht. Das ist unsere Chance. Oh, ein Flügelwicht! Oh! 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 Ein Phantom-Kürbis! Hinter uns! Wow! Wow! Meine Süßigkeiten! Lass ihn liegen! Okay, Captain Cameron. Geh auf Lichtgeschwindigkeit und schnapp dir den Geist. Ah! Oh! 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 Das ist kein Geist. Es ist Luna Girl. Sie hat es auf die restlichen Süßigkeiten abgesehen. Gib mir Deckung. Ich mach das. Was? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Äh... Leichte Beute. Holt euch die Süßigkeiten. Wow! Ich glaube, wir müssen auch ein paar Tricks anwenden. Die Süßigkeiten gehören dir nicht. Wer sie findet, darf sie behalten. Und jetzt hab ich sie alle. Tja, noch hast du nicht alle. Im Hauptquartier haben wir viel bessere Süßigkeiten. Klopf doch da mal an. Hm. Ich nehm mir einfach die Sachen und spiele nichts Süßes oder Saures. Okay, macht euch bereit. Operation Schreckmutprobe startet jetzt. Hallo? Was? Gibt's denn hier keine Klingel? Süßes oder Saures? Gebt mir süße Sachen, sonst wird's hier gleich krachen. Und ich werd ganz laut lachen. Rudelrauferei! Wir müssen als Erste bei der Hütte sein. Super Katzen-Tempo! Wow! Wir haben alle Süßigkeiten gefunden. Ja! Klasse! Aha! Ich hab euch auf frischer Tat erzappt! Es ist nicht so, wie es aussieht. Bei den Ringen des Saturns! Lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit! Autsch! Sorg einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen. Und ihr hattet tatsächlich die Nerven, euch als Superhelden zu verkleiden. Sag, wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du kannst dich nicht verraten, Gekko. Aber er, er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun. Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut. Das ist so unfair. Ah, so viele Tüten voller Süßigkeiten. Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Oder auch nicht. Flatternde Federn, was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen. Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen. Würdest du uns verraten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Ha ha ha! Ähm, äh, du kannst es schaffen. Das sind nur Kostüme. Du bist Captain K-K-K-Kameron. Hör auf zu stammeln und her mit den Süßigkeiten! Ha ha ha! Bleib stehen! Hä? Zwingt mich nicht, meinen Super-Tornado-Weltall-Kick einzusetzen! Sag bloß, du bist ein neuer Superheld. Ja! Ich bin Captain Cameron. Interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls. Keine Autogramme. Ich bin auf Mission. Wow! Warst du schon auf dem Mond? Noch nicht. War viel los heute Nacht. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss schnell von hier verdurften. Wusch, wusch, wusch! Tschicka, tschicka, tschu, 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 tschu. Tja, hier ist keine Spur von Funkelblitz. Oder hier. Oder... Funkelblitz! Kick und Zack! Da! Catboy! Oulette! Ich hab Funkelblitz gefunden! Augenblick. Das hatte sie vorhin noch nicht auf dem Rücken. Hm. Irgendwas stimmt hier nicht. Wow! Schlippernde Schlange! Sieh an! Noch eine harmlose PJ Masks-Action-Figur. Romeo, das hat ein Laguette. Was hast du mit mir gemacht? Super-Gesche-Rustig! Spar dir die Kraft, Eidechsen-Junge. Lass mich runter! Oh, wir werden dich runterlassen. Gleich neben deinem kleinen Kumpel. Okay. Hi, Boy! Oh, ich kann mich kaum bewegen. Ich weiß, wir sitzen fest. Das macht so richtig Spaß. Komm schon, Roboter. Jetzt fehlt uns nur noch der letzte PJ Winsley. Wir müssen Eulette warnen und Romeo davon abhalten, sie in eine Action-Figur zu verwandeln. Ja, aber... Wie? Ich habe überall gesucht. Wo könnte sie sein? Sieh nur, was ich gefunden habe. So eine blöde Funkelblitzfigur. Nun, ich will sie nicht. Ich leg sie einfach in den Müll. Romeo, ich wusste, jemand hat sie gestohlen. Pass auf! Das ist eine Falle! Was war das? Na, sieh einer an! Wenn das nicht die letzte der PJ Masks ist, suchst du vielleicht irgendwen? Oder sollte ich sagen, irgendwas? Das ist meine Funkelblitz! Gib sie zurück! Oh! Oh, das macht Spaß! Mir gefällt mein neuer Schlegel. Ich habe euch euren Wunsch erfüllt. Gebt den Schlegel zurück. Er gehört mir. Und ich sage, wenn ich damit fertig bin, nur noch ein Befehl und dann gebe ich ihn zurück. Vielleicht... Geht's euch gut? Wow! Der Drache ist gemein! Vielleicht ist er gezwungen, das zu tun, was Nachtninja fordert. So oder so, wir müssen Nachtninja irgendwie den Schlegel wegnehmen. Aber wie? Wir kommen nicht nah genug ran. Ich habe eine Idee. Ihr beide lenkt Nachtninja ab. Ich versuche ihn vom Gong wegzulocken. In dem Moment flitzt du Catboy hin und schnappst ihn dir. Alles klar! Supergecko-Tarnung! Was haben diese peinlichen PJs jetzt wieder vor? Ist auch egal. Sie haben keine Chance gegen den Drachen-Gong. Hahaha! Ah! Ah! Haha! Hä? Hey! Hier drüben! Hier! Hier! Nein, hier! Haha! Ah! Eulenflügel weg! Ah! Ah! Beschütz mich! Ah! Tja! Das nennst du Wind? Mach dich bereit, davongefegt zu werden! Vom Drachenatem! Ah! Jungs! Hilf mir doch! Ich komme! Super-Katzen-Sprung! Ah! Super-Gekko-Muskel! Danke, Gekko! Gut gefangen! Kein Problem! Den Schlägel zu kriegen ist nicht so leicht. Was sollen wir nur tun? Kommt, meine bösen Freunde! Wir gehen zum Museum! Wer von euch hat Lust, etwas zu stehlen? Hm! Wir nehmen den Panther-Düster-Schlitten! Oh! Was für ein wundervoll böser Name! Wer weiß! Vielleicht locken wir mit unserem gemeinen Plan sogar den süßen kleinen Gekko aus seinem Versteck! Oh! Sie sind im Museum? Du bewahrst das Hauptquartier! Ich hindere meine Freunde daran, etwas Böses zu tun! Bitte tut das nicht! Brecht nicht ins Museum ein! Oh, war ja klar, dass die ins Museum einbrechen! Meister liegt falsch! Er wird Roboter wieder brauchen! Er wird immer von den Pyjama-Helden besiegt! Gut, meine bösen Freunde! Sobald wir drin sind, besteht eure Aufgabe darin, den weltberühmten Delta-Diamanten zu stehlen! Aber ich warne euch! Es ist unmöglich! Das wird kein Problem sein! Catboy, Eulette, was macht ihr da? Ihr seid normalerweise Helden! Aha! Ich wusste, du würdest den Köder schlucken! Nachtpanta! Düster Eule! Schnappt ihn! Düstere Eul-Federn! Ich hab ihn zuerst gesehen! Ich will ihn schnappen! Pantersprung! Was macht ihr da? Habt auf zu streiten und schnappt ihn euch einfach! Muss ich denn immer alles allein machen? Ich hab noch nie Catboy und Eulette gegeneinander kämpfen sehen! Muss wohl daran liegen, dass sie Schurken sind! Hey! Das ist es! Hahaha! Okay, Ninja Linus! Los, folgt mir! Upsi! War ich das etwa? Roboter, bring ihn ins Labor, bis die Wirkung des Straßens nachlässt! Ja, Meister! Dann schnappen wir uns Gekko! Mua! Romeo macht auch mit? Ich wusste, da ist was im Busch! Das ist meine Chance, den PJs zu zeigen, dass ich einer von den Guten bin! In Gürteltier-Manier! Komm und fang mich doch, Federchen! Juhu! Ja! Probieren wir Romeos Stinkeschwall aus! Das wird Eulette sicher nicht gefallen! Feuer frei! Achte das nächste Mal darauf, dass du in die richtige Richtung zielst! Buh! Hä? Catboy! Gekko! Passt auf! Hahaha! Hä? Nein! Aaaaaah! Hey! Wo ist Eulette? Oh-oh! Klebe-Klatscher! Festhalten! Aaaaaah! 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 Feuer! Vorsicht! Aaaaaah! Aaaaaah! Oh! Halte durch, Gekko! Ich rette dich! Oh! Oh! Nein! Das war ein Volltreffer! Und jetzt passt auf! Hey! Lass das sein! Aaaaa! Ich bin an der Reihe! Katzenohren Super Katzentempo Catboy, warte Da an dem Baum Das arme kleine Ding steckt sicher fest Keine Sorge, Kätzchen Ich hol dich da runter Schon okay Hey kleiner Freund, gleich ist alles wieder gut Moment, was ist hier los? Hey, Katboy Wow, was war denn das? Catboy? Was, was ist denn? Du bist eine, eine Katze Ich bin eine, was, macht euch nicht lächerlich Miau Miau, miau Nein Seht mal eine Maus Miau Hey Jetzt hab ich dich Du bist so süß Ja, das bist du Ist er nicht süß, Meister? Romeo Das war eine Falle Oh, hallo Pyjama-Plagegeister Oder sollte ich sagen Haustierchen Was hast du mit mir gemacht? Eine Feder Meine, 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 meine Na, ich hab dich in eine Katze verwandelt Nicht in irgendein Mietzekätschen, in das süßeste kleine Knuddelchen von allen Ja, das bist du Wo war ich? Oh ja, ich präsentiere euch meine beste Erfindung aller Zeiten Den Tier Metamorphosförder Damit kann ich jeden in ein Tier meiner Wahl verwandeln Okay, aber wieso? Wisst ihr, ich wollte schon immer ein Zoo Und der Roboter ein Haustier Also dachte ich Wieso verwandle ich nicht alle in der Stadt in Tiere? Oh, richtig Ja, und dann Übernehme ich die Weltherrschaft Tja, das wird nicht passieren Oh, wirklich Sieh mal Bei meinen Katzenschnohaaren Tentakel? Ist das so eine Art Oktopus? Oktopusse leben nicht in Kanälen Und diese Tentakel sind glänzend und aus Metall Roboterarme Romeo und sein Roboter Sie sind unter Wasser Die Arme sind wirklich überall Und stehlen Sachen Nehmt alle euer Fahrzeug Du kommst auch mit, PJ Robo Wenn die Arme von dem Roboter überall sind Müssen wir auch überall sein Und das heißt auch unter Wasser Juhu Siehst du, PJ Robo Unter Wasser ist meine Welt Das wird ein Eidechsen einfaches Kinderspiel Vorsicht, Jungs Woho 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 Ah 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 Fällballattacke Weiter so, Team Ah 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 Stimmt Alle geklauten Dinge sind aus Metall Wieso will der Roboter sie haben? Ich tauche wieder ab und finde es heraus. Los, Gecko, zeig dem Roboter, wer ein echter Meister der Tiefe ist. Wir kümmern uns so lange um alles an Land. Der Mondmagnet ist echt ziemlich cool. Komm schon. Hey, stopp! Roboter hat gewonnen! Nein! Ja! Oh, aber wie komme ich hier raus? Endlich! Juhu! Du versuchst zu fliehen, hm? Mal sehen, auf wessen Seite deine Freunde stehen. PJ Masks, PJ Masks, ich habe Romeo gefunden, da! Pet Boy, Gecko, ich bin's! Das ist Romeo, er ist verkleidet! Nein, er ist es! Romeo ist ein böses Genie! Natürlich würde er sich verkleiden, und zwar in mich! Äh, wenn du Eilett bist, wieso warst du dann im Labor? Ja, bei meinen Katzenschnurrhaarren wirklich eine überzeugende Verkleidung. Jungs, bitte, ich bin's! Passt auf! Halt! Nein! Sie hat uns gerettet. Sie ist die echte Eilett. Romeo würde das niemals tun. Mein Plan hat funktioniert. Hiermit schieße ich euch auf den Mond. Was? Ihr kommt nie wieder zurück. Keine Schurken und auch keine Helden mehr. Und ich kann endlich die Welt beherrschen. Nein! Nicht zu fassen, dass wir auf seine Verkleidung reingefallen sind. Ja, das war wirklich ziemlich gemein. Wow! Es ist noch nicht zu spät für Helden. Du hast recht. Was würde Funkelblitz jetzt tun? Was würde Eilett tun? PJ Robo, in drei, zwei, eins, start frei! Okay, PJ Robo, beginne mit der Transformation und los! Vieira! Gut! Ja, das monitor sistone. Hallo das nahs. Nächster Halt, der Mond. Mal sehen, was das Raumschiff so alles kann. Müssen wir denn wirklich zum Mond fliegen? Ich meine, was ist, wenn Luna Girl nur so tut? So lassen wir die Stadt unbeschützt zurück. Das können wir nicht riskieren, Gekko. Komm schon, du bist doch sonst so abenteuerlustig. Das wird klasse. Wer weiß, was da draußen ist. Das ist ja das Problem. Gut. Gekko, hast du den Kurs eingegeben? Gekko? Hä? Oh, ja. Kurs eingegeben. Wir sind bereit. Wenn ich erst mal auf dem Mond bin, werden die Dinge anders laufen. Mit neuen Kräften kann mich niemand mehr aufhalten. Nicht mal die PJ Masks. Oh, da ist dein Tod im Fallraum, Schiff. Halt. Was? Ich hab's. Ich brauche königliche Untertanen, die mich vergöttern. Wieso schwingst du nicht einfach deinen Stab und zauberst welche her? Weil es nicht so läuft, mein kleines Fellknäuel. Stellt euch vor, alle, die ihr kennt und liebt, wären gezwungen, meine treuen Untertanen auf dem Mond zu sein. Wer immer? Das wagst du nicht. Ach nein? Und wer will mich aufhalten? Wir natürlich. Wirklich? Dann viel Glück. Psst, hier oben. Keine Sorge. Ich hol euch ratzfatz hier raus. Super, Gekko-Tano. Sei vorsichtig, Gekko. Hey! Wer ist da? Verschwinde, Gekko. Oh, oh. Na, wen haben wir denn hier? Oh, das ist perfekt. Bald schon hab ich eine Sammlung an PJ Masks, die ich in meiner schicken neuen Festung ausstellen kann. Ich hoffe, dir gefällt dein neues Zuhause, Gekko. Warte. Was meinst du damit? Es ist doch ganz einfach. Ich stelle euch aus, so können meine königlichen Untertanen meine Schätze bewundern. Königliche Untertanen? Frag nicht. Also, schön still halten, kleine Eiwechse. Oh nein, ich bleib auf keinen Fall hier. Werden wir hier sehen. Lauf, Gekko, lauf! Hey, ich seh nichts mehr. Glaubst du immer noch, er gehört zu den Guten? Ich weiß, dass es so ist. Wo ist er hin? Super Tunnelmanöver-Überraschung. Gürfel Till, merkst du das nicht? Romeo will, dass du gegen uns kämpfst. Er ist einer von den Schoten. Also, ich muss sagen, zu mir ist er bisher sehr nett gewesen. Quatsch, nicht so viel Muskelpaket. Vernichte lieber die PJ Masks und dann übernehmen wir die Stadt. Augenblick. Du meinst doch bestimmt, dann beschützen wir die Stadt. Kommt aufs Gleiche heraus. Tu einfach, was ich sage. Ich bin hier das Genie. Hä? Romeo wird immer ein Schurke bleiben. Er will dich nur als ein starkes Helferlein. Aber du bist doch mein Helferlein. Ich? Ein Helferlein? Niemals! Dafür habe ich mich doch mit dir verbündet. Ich meine, Helferlein sind Partner. Du hast mich reingelegt. Du bist wirklich ein Schurke, Romeo. Ich bin von niemand ein Helferlein. Ich bin Gürtel Till. Und damit du es weißt, ich bin ein echter Held. Es ist vorbei, Romeo. Hey, was hast du vor? Du bekommst jetzt eine super Helferlein-Revanche. Roboter, hilfst du mir mal? Lassen Sie mich mal kurz nachdenken. Roboter! Roboter! Ah! Hä? Nein! Puh! Reiß dich zusammen. Du bist gut. Du bist der Beste. Und du schaffst das. Ich krieg dich schon, Romeo. Romeo! Ach, komm schon. Du kannst mich nicht fangen, kleiner Frosch. Doch, kann ich. Wart's ab. Oh nein! Wenn ich mir vorstelle, was das alles anrichten könnte. Netter Versuch. Leider entspricht dein Eidechsenschwimmstil nicht den Anforderungen. Ach, findest du. Vielleicht solltest du lieber Wände hochklettern. Bist du schon müde? Armer, kleiner Zitteraal. Kapiert? Du zitterst ja schon. Ich werde dich aufhalten. Du nennst dich ein Anführer? Ich dagegen werde mit meiner Leichtkrautkraft die Welt beherrschen. Nein! Und deine Freunde, die dumm genug waren, dir zu folgen, werden für immer in der Höhle festsitzen. Mua-ha-ha-ha! Ach, gib nicht auf. Nichts kann den Meister der Tiefe aufhalten. Was? Wo kommt diese Kraft her? Ich? Wow! Hä? Aber was? Ich muss Luna Girl von da weglocken, sonst stecken wir beide in Schwierigkeiten. So, die neue Linse macht mein Mondportal zehnmal so stark wie vorher. Rühr dich nicht von der Stelle! Warte! Du hast es repariert? Repariert? Nicht ganz. Ich hab eine stärkere Linse eingesetzt. Dann ist es vorbei? Nein, noch nicht. Du hast es kaputt gemacht und ich hab's repariert. Du bist mir was schuldig. Aha! Ich hab keine Ahnung, wovon du da redest. Ja, wir wissen, dass du es kaputt gemacht hast, Luna Girl. Oh! Moment! Sie wissen es nicht? Wissen was? Nichts! Rein gar nichts! Geh einfach von dem Teleskop weg! Nein! Ich hab's repariert und ich öffne jetzt damit mein Mondportal. Und ihr könnt mich nicht davon abhalten! Ach, nein? Nein! Motten, fangt sie! Oh! Oh! Pass auf das Teleskop auf, Eulett! Oh, nein! Vergiss es! Nicht schon wieder! Ich hab's! Ja! Dieses Mal konntest du es nicht zerstören! Zum letzten Mal, Plagegeister! Ich war das nicht! Wer denn sonst? Ja, weil nur du und Eulett waren... Es ist wahr, Luna Girl hat es nicht kaputt gemacht, sondern ich... Was? Ich hab mich nur daran angelehnt und dann ist es umgefallen. Es war ein Versehen. Warum hast du uns das nicht früher gesagt? Ich wusste nicht, wie ich es sagen sollte. Es war leichter, die Schuld auf Luna Girl zu schieben. Für gewöhnlich ist sie die Böse. Aber das war falsch. Ich bin keine Heldin. Und? Und sie hat auch das Teleskop repariert. Was? Und? Und ich entschuldige mich, dass ich nichts gesagt hab, als es passiert ist. Schaut mal da! Können wir ihn behalten? Ich wollte schon immer ein Welfi-Bot als Haustier. Ja, er könnte nützlich sein. Zeig uns alles, kleiner Welfi-Bot. Hey, hör auf damit. Das kitzelt. Uns wirst du nicht los. Also wenn du nicht nett bist und tust, was wir sagen, kannst du was erleben. Richtig, Heuler? Also ich zieh mir jetzt erst mal dieses riesige Videospiel rein. Oh, cool. Ich will aufspielen. Hey, das ist kein Videospiel. Das ist sicher die Steuerung von unserem neuen Welfi-Bot. Ich werde jeden Knopf drücken, bis ich weiß, wie man die Tür schließt. Auch wenn der ganze Laden dabei kawumm macht. Ha! 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 Reingelegt! Jetzt kommen deine PJ-Kumpel nicht mehr rein. Hey, Welfi-Bot. Ich nehme einen Obst-Shake. Mach meinen mit Wölfibären. Für mich Erdbeere. Hast du vielleicht auch Kiwi-Ananas? Ha! 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 Ja, guckt mal, Leute. Da läuft sogar ein Superheldenfilm. Hä? Das sind die Pyjama-Kids. Die wollen hier einbrechen. Haltet sie auf. Es muss hier doch irgend so was geben wie ein Kraftfeld. Schaukel! Das Karussell! Juhu! 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 Sollen wir irgendwas unternehmen oder lassen wir sie sich austoben? Oh, die Mondkönigin wird so zufrieden sein. Ihr nennt Luna Girl die Mondkönigin? Ihr habt wirklich Fell zwischen den Ohren. Juhu! 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 Juhu Du hast einen? Ja, aber natürlich. Die Welfis sind nicht allzu schlau. Sie versuchen immer wieder den gleichen Trick. Und deshalb werde ich mich jetzt als Köder einsetzen. Yes! Juhu! Das war unglaublich. Wir sollten es zusammen machen. Welfi-Mondkraft! Welfi-Mondkraft! Wir sind... Juhu! 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 PJ Robo, schick den Eulengleiter her. Was haben sie vor? Juhu! Magnetenwelfi springen! Das konnte keiner ahnen. Ich zum Glück schon. Steig ein! Juhu! 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 Diese Jungs machen Tricks mit dem Mondmagneten, die nicht mal Luna Grill drauf hat. Wir müssen wie ein Welfi denken. Und was will jeder Welfi? Katzenohr! Folgen wir ihn! Wartet! Wenn der Ring auf dem Gipfel ist, fliege ich einfach hoch und hole ihn. Ein Kinderspiel! Oh! Oh! Plan B? Das war Plan B. Zurück zu Plan A. Folgen wir den Ninja! Es ist fast so, als wäre der Schlamm vermischt mit... Nachtninja entkommt uns! Wir lassen die Geländebikes hier. Gehen wir! Eulen Augen! Ich kann den Waldrand direkt vor uns sehen! Eine Abkürzung? Gut, wenn du dir so sicher bist, dann geh doch vor. Wer weiß, was für Kräfte Nachtninja bekommt, wenn er als Erster den Ring hat. Du kannst drauf wetten, dass ich ihn als Erster kriege. Und wenn ich ihn habe, glaube ich nicht, dass ihr Pyjama-Plagegeister noch eine Chance gegen mich habt. Und bis dahin, beschießt sie! Super-Gettos-Schilde! Gibt es noch einen anderen Weg? Hier muss es jede Menge Geheimdurchgänge geben. Du bleibst hier und schickst sie in die falsche Richtung. Schau mich nicht so an! Wir kommen zurück und holen dich! Höchstwahrscheinlich! Wo sind sie lang? Also dann hinauf! Catboy, warte! Der mutige Catboy auf dem Weg zum Gipfel! Der Ring der Ninjalichkeit wird ihm gehören! Und pusten und pusten! Und... Juck, juck! Juck! Juck an das Gipfel! Das ist übel! Juck! Die Wölfis können noch niemals den Wind besser nutzen als ich! Super-Ollen-Feder! Ha! Hört weiter! Ah! 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 Nichts kann Eulen-Federn schlagen! Wie wäre es dann mit? Wölfis-Federn! Wölfis-Federn? Ich glaube, das nennt sich Fell! Ich habe einen Plan! Ihr seid aber nicht schlau genug, um ihn zu verstehen! Er ist genial! Er ist wolfsmäßig! Er ist unaufhaltsam! Hä? Wirklich? Ja! Und alles, was ihr tun müsst, ist, dass ihr Eulett noch mehr Federn rauslockt! Ich sag's doch! Genial! Du nur so! Windkraft! Flam! Flam! Und sie so... Uuuuh! Jemand musste sie aufhalten! Diese Wölfis wollen immer etwas zerstören! Aber dann trafen sie auf... Eulen-Federn! Wir zeigen es ihnen! Kevin, Heuler, holt noch mehr! Und wie? Ganz einfach! Hey, Vögelchen! Hier drüben! Versucht ihr wieder Ärger zu machen? Ja? Ah! Hm? Hm? Was ist das? Hahaha! Ich stimme euch zu, meine Ninja-Linus! Armes Ei, Dexlein! Dann mal los! Ninja-Linus! Blattende Federn! Ich hätte nichts dagegen, wenn Gekko uns helfen würde! Keine Angst! Wir schaffen das! Locker! Sie brauchen mich nicht, das schaffen sie locker! Ich habe hier sowieso noch eine Menge zu tun! Hey! Ich bin ja schon fertig! Das war's mit den Klebeklatschern nach Ninja! Hä? Das Ditzel mit Grummeln bringt den Berg zum Beben! Äh, wird schon nicht so schlimm sein! Ja! Was ist da los? Hahaha! Euer kleiner grüner Freund hat alle meine Klebefontänen verstopft! Aber wenn der Berg Klebeklatschen muss, muss er Klebeklatschen! Was soll das heißen? Mögt ihr gigantische Vulkanausbrüche, bei denen so viele Klebeklatscher den Berg runterfließen, dass sie die ganze Stadt überfluten? Äh... Nein? Dann wird euch das nicht schmecken! Hahaha! Eidechsenfuß hat mir einen Gefallen getan! Da wäre ich nie drauf gekommen! Obwohl ich böse bin! Hahaha! Gecko! Keine Angst, Leute! Die Fontänen sind dicht! Alles ist in Ordnung! Wow! Oh! Ah! Ah! Passt auf! Ah! Das gefällt mir nicht! Das gefällt mir überhaupt! Wow! Was machst du? Ich werde euch zeigen, dass ich es drauf hab, indem ich euch einfach alle besiege! Äh... Was du da sagst, würde normalerweise nur ein Schurke sagen! Langsam, Gecko! Er ist nur ein großes Kind! Er weiß nicht, was er tut! Noch nicht! Ah! Wir müssen ihn sofort aufhalten! Ich lass mich von ihm jagen! Und Gecko, kannst du ihn dazu bringen, nicht mehr zu rollen? Eulett, du fängst ihn mit deinen Eulenfedern! Vielleicht können wir ihn ja wieder zur Vernunft bringen! Hey, Gürtel-Till! Fang mich, wenn du kannst! Ich krieg dich! Verlass dich drauf! Ich bin hier drüben! Komm schon, lahme Schnecke! Hihihi! Ich dachte, du wolltest uns zeigen, was da drauf passt! Bist schon sehen! Da wär ich mir an deiner Stelle nicht so sicher! Super Gecko muss gehen! Äh! Ja! Ah! 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 Jetzt übernehme ich! Eulenfedern! Wir haben ihn! Gut gemacht, Leute! Wow! Ahem! Wow! Er ist super stark! Hat einen Schutzpanzer! Und er kann Tunnel graben! Von wegen, ich wär nicht gut genug! Bald werd ich der einzige Held in der Stadt sein! Ah! Bis dann, Wauwau! Ja! Habt ihn! Macht Platz für den König! Ah! Ah! Ich hab meinen Stock! Ah! Ah! Au! Mir geht's gut! Oh nein! Schon gut! Wir machen das! Oh oh! Au! Schließ die Tür! Super Gecko muss gehen! Wölfie sicher! Also gut! Setzen wir den großen Kerl wieder zusammen! Der Knochen kommt vielleicht dahin! Und der kommt wohl darüber! Und der Kleine gehört dorthin! Da! Da! Dort! Und da noch einer! Aber die witzigen Vorderame gehören doch zum T-Rex! Und die Riesenflügel zum Pteranodon! Wir schaffen das! Es ist nur wie ein großes Dinopuzzle spielen! Ähm! Erledigt! Gack an der Gecko! Es ist nicht perfekt! Das ist eine Dino-Katastrophe! Hä? Wo sind die Wölfis hin? Die Knochen sind auf einmal lebendig! Scharfe Krallen! Fletschende Zähne! Das Ding sieht aus wie ein ziemlich alter Wolf! Hä? Haben Wölfe wirklich Flügel? Nein, Kevin! Aber abgesehen von den Flügeln sieht er aus wie ein Wolf! Mein neues Haustier! Ein Wolfosaurus! Hey! Komm da runter! Diese Knochen sind prähistorisch! Das bedeutet alt! Ha! Oh ja! Gewonnen ist gewonnen! Äh, Heula! Das sieht nicht wirklich aus wie ein Ei! Es sieht aus wie eine... Öh, rohe Zwiebel! Hahaha! Fail-Versager! Catboy wirft! Er trifft! Wir sind die Gewinner! Klasse! Alle gefunden! Jede einzelne! Süße, äußerst köstliche! Leckerei! Mh! Haha! Nur einen kleinen Bissen! Hecko! Nicht! Schokoladen-Eier! Schokoladen-Eier! Entschuldigt! Ich konnte einfach nicht warten! Schnell! Catboy! Wir lenken sie ab! Und ich bringe die Eier durch die Hintertür in die Schule und bewache sie! Bewachen! Nicht verschlingen! Verstanden? Warte bis morgen früh! Es wird sich lohnen! Ich verspreche zu dienen und zu beschützen! Einflügel weg! Die Wettervorhersage? Schokoladen-Wind! Also so ein Wetter gefällt mir! Riesen-Ei-Danner! Jipp, jipp! Jau! Jau! Mir geht's gut! Jau! 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 Keine Sorge, Aya! Bleibt einfach, wo ihr seid und ihr seid in Sicherheit! Ich passe auf euch alle auf! Auf jedes einzelne, leckere, schokoladige, samtige von euch! Halt dich zurück, Gekko! Du hast es versprochen!